Herzlich willkommen zu unserer zweiten offiziellen Folge unseres Podcasts. In dieser Folge diskutieren wir über unseren Namen, denn wir haben jetzt endlich einen Namen, dank eurer Unterstützung. Und wir wollen vor allem über das ganze Thema E-Rechnung diskutieren. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht mich und mich, sondern ich meine Ken und mich. Herzlich willkommen, Ken. Hi, Melchior. Danke, dass ich da sein darf. Ja, vielen Dank, dass du mich beehrst mit deiner Präsenz. Und tatsächlich hatten wir in der letzten Folge schon gesagt, der Podcast, den gibt es vor allem auf dein Bestreben hin. Und du wusstest gar nicht, dass ich mir eigentlich gerne jemand gewünscht hätte, mit dem ich das Ganze machen kann. Und vor allem hätte ich gerne einen Podcast mit einem Namen gehabt. Und das war ja auch Thema unserer letzten Folge, dass wir uns nicht so richtig einigen konnten, wie wir uns eigentlich nennen. Und haben deswegen quasi unter der Vorstellungsfolge an euch dazu aufgerufen, uns Namen, Vorschläge zu schicken. Wir haben einige bekommen. Vielen, vielen Dank für all die Vorschläge. Wir hatten auch eigene Ideen, die wir da einfach mit dazu geschrieben haben. Und dann unter der ersten richtigen Folge habe ich quasi im Community-Tab von dem YouTube-Kanal, auf dem auch jetzt die ganzen Podcast-Folgen erscheinen, habe ich quasi eine Abstimmung unter den Favoriten gestartet. Auch an der Stelle vielen, vielen Dank für die Vorschläge und für die vielen Stimmen. Wir haben 329 Stimmen bekommen. Wir mussten jetzt so ein kleines bisschen diplomatisch vorgehen. Erstens gab es meiner Meinung nach einen fantastischen Namen, der hieß Steuerbord. Das Problem mit Steuerbord ist, ich mag Steuerbord, meine ganze Familie kommt von der Ostseeküste und ich habe zumindest auch irgendwie so einen emotionalen Bezug zu Wasser und zu Meer. Aber tatsächlich gibt es schon Podcasts, auch von und mit mir und dem NWB-Verlag, der heißt Ansteuern und der nutzt zumindest so ein bisschen die Zeichensprache und so weiter, die nautischen Zeichensprache, um es mal so zu sagen. Und das ist mir einfach ein bisschen zu ähnlich. Ich möchte die Leute nicht verwirren, sondern wir wollen da schon irgendwas Alleinstehendes haben. Und jetzt in der Abstimmung, 35 Prozent haben gesagt, wir sollen uns nennen die Steuererklärer. Damit kann ich auch leben, das ist gefühlt der generischste Begriff. Und deswegen haben wir gesagt, die Steuererklärer ist gut. Mit die Steuererklärer haben wir trotzdem noch ein kleines Problem. Und zwar gibt es ein Format, ein Angebot, die heißen die Steuererklärer. Das heißt, es ist auch relativ ähnlich. Und deswegen wollten wir die Steuererklärer jetzt nicht ganz alleinstehend lassen. Und deswegen heißt jetzt Trommelwirbel, unser Podcast Steuerfrei, die Steuererklärer. Deswegen an dieser Stelle sehr langes Intro. Herzlich willkommen zu Steuerfrei, die Steuererklärer. In dieser Folge sprechen wir... Vielen, vielen Dank. Für diesen wertvollen Beitrag, ja. Das hat emotional auf jeden Fall die Atmosphäre gebracht, die es gebraucht hat. Wir könnten eigentlich ehrlicherweise darüber nachdenken. Tatsächlich gab es auch ein paar Vorschläge rund um Elster. Mein Vorschlag wäre, ich möchte gerne Elster auch noch mit einfließen lassen. Bis zur nächsten Folge machen wir uns Gedanken über ein Intro. Und ich wäre für Vogelzwitscher. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie die Elster zwitschert oder ob sie überhaupt zwitschert. Aber es wäre ganz schön. Damit ist so ein bisschen die Hommage und die Referenz an Elster auch gegeben. Und ich denke, es reicht. Weil ich glaube, so häufig werden wir nicht über Elster online sprechen. Hoffentlich. Und deswegen, vielen Dank bis dahin. Das hätten wir ohne euch zumindest in der Form so nicht hinbekommen. Und ich möchte auch so, wir möchten so ein bisschen Formate quasi aufbauen in die einzelnen Folgen. Und tatsächlich habt ihr natürlich auf YouTube immer die Möglichkeit, die Videos, also die Podcast-Folgen mit den Videos zu kommentieren. Und die schauen wir uns beide an, helfen euch da gerne weiter, aber sind natürlich auch sehr an Feedback interessiert, wie es euch gefällt. Und würde tatsächlich auch von jetzt an bis in die Zukunft immer einen Kommentar einfach mal hervorheben. Und diesmal würde ich gerne einen Kommentar vorlesen von EinfachNurLi. EinfachNurLi hat geschrieben, ich finde, was Podcasts nochmal zu Lehrvideos unterscheiden, weil da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, dass es schwierig ist, als Podcast vielleicht Software-Tutorials zu machen, sind die persönliche Tiefe der Teilnehmer. Erfahrungen, Persönlichkeitsentwicklung und Learnings auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Natürlich von uns beiden, aber langfristig vielleicht auch von bereits erfolgreichen, steueraffinen Selbstständigen in einem Interview-Format. Ich denke, da kann man vieles mitnehmen. Und an der Stelle, vielen, vielen Dank, EinfachNurLi. Genau das ist ehrlicherweise auch unsere Intention. Wir haben jetzt am Anfang natürlich auch ein paar fachliche Themen, aber wir sind beide schon selbstständig. Wir hatten in der Vorstellungsfolge ja schon drüber gesprochen. Ken kommt aus der Finanzverwaltung, kennt sich mit Steuern aus, ist jetzt selbstständig. Ich bin auch gelernter Steuerfachangestellter, kenne mich offensichtlich auch ein kleines bisschen mit Steuern aus, komme aber mehr so aus dem Software-Bereich, auch schon seit vielen Jahren selbstständig. Und ich glaube, da können wir uns einfach gut austauschen. Wir sind jetzt vielleicht noch keine 30 Jahre selbstständig, zusammengerechnet vielleicht, aber vor allem kennen wir uns steuerlich aus und haben natürlich auch schon Erfahrungen rund um Selbstständigkeit, die wir weitergeben können, wo wir nicht nur die Brille des Theoretikers oder der Theoretiker haben, sondern auch der Praktiker. Und tatsächlich, das Interview-Format haben wir genau so auch geplant. Und da haben wir schon drüber gesprochen. Da werden auch nicht nur Selbstständige kommen, sondern auch zum Beispiel ein paar Ex-Kollegen von dir. So ein Steuerfahnder würde ich ja gerne mal ein paar Fragen stellen. Ja, ein Betriebsfahnder vom Finanzamt kann ich organisieren. Ja, fantastisch. Und da würde ich tatsächlich sagen, schreibt, wenn ihr da Ideen habt, gerne in die Kommentare. So, jetzt habe ich sehr, sehr, sehr viel geredet. Unser Thema heute soll die E-Rechnungspflicht werden. Und Ken, vielleicht kannst du uns dazu einfach mal ein Intro geben, damit ich einmal einen Kaffee trinken kann. Ja, sehr gerne, Melchior. Ja, die E-Rechnung kommt. Das ist etwas, was man aktuell fast überall liest. Also viele Blogs, viele Beiträge für Selbstständige, viele Kanäle, die über Selbstständige informieren. Die E-Rechnung wird gefühlt, ich sage mal ganz platt, wie die Sau durchs Dorf getrieben. Und das hat aber auch einen guten Grund, weil ab 2025 sich in dem Bereich Rechnungsstellung einiges ändern wird. Was ist der Hintergrund? Es geht letztlich um ein EU-Projekt. Das nennt sich wieder Vet in the Digital Age, Umsatzsteuer im digitalen Zeitalter. Und der Plan ist, dass man also das Umsatzsteuersystem, was wir heute haben, so ein bisschen digitalisiert. Und dafür braucht man, so ist jedenfalls die Idee, neue Rechnungsformate. Das heißt, eine Rechnung soll in Zukunft nicht mehr als PDF versendet werden, sondern in einer anderen Form. Da können wir uns gleich nochmal näher zu austauschen. Und es gibt in diesem Kontext, das will ich noch kurz erwähnen, zwei Fristen. Nämlich einmal den 01.01.2025. Ab dem Datum gilt formell die E-Rechnung als der neue Standard. Man muss aber selber die E-Rechnung erst ab dem 01.01.2027 verwenden. Es gibt also noch eine Übergangsfrist. Ich kann als Selbstständiger sagen, ich warte noch bis 2027 ab, bis ich die E-Rechnung versende. Es kann mir aber passieren, dass ich eben E-Rechnungen von anderen Unternehmen bekomme, die diese Übergangsfrist nicht berücksichtigen. Deswegen gibt es immer zwei Fristen. Ich meine, man soll jetzt nicht in Panik verfallen, das tun manche, beziehungsweise wenn überall steht, ab 2025 und das ist ja schon bald und das ganze Thema wird dann noch irgendwie hochgeschaukelt, dann verfallen viele Selbstständige in Panik und denken, oh mein Gott, was muss ich da denn jetzt wieder machen? Keine Sorge, ganz so dramatisch ist es nicht. Ich denke, wir werden im Laufe der Folge feststellen, dass bei den allermeisten Selbstständigen das Thema E-Rechnung gar kein so großes Problem darstellt in der Umstellung, sondern dass man einfach nur mal grob wissen muss, was es eigentlich ist. Das mal so als kleine Einleitung, Melchior. Die Frage ist, was willst du noch dazu wissen, beziehungsweise was für Fragen sind auch bei den Zuschauern aufgetaucht? Du hast ja schon viele Informationen dazu auch veröffentlicht. Da können wir sicherlich auch dran anknüpfen. Ja genau, für alle diejenigen, die natürlich auf YouTube unterwegs sind, da gibt es Videos zu. Tatsächlich ist es fast lustig eigentlich, ich habe ein Video auf TikTok hochgeladen über die E-Rechnung, das hat Stand jetzt über 150.000 Aufrufe bekommen und wie es so auf TikTok ist, da ist die Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen niedriger als bei Podcasts und sogar noch niedriger als bei YouTube und da habe ich sehr, sehr viele Fragen und Einwände gehört, warum das Ganze eine Dovi-Idee ist und vielleicht, um da, ich glaube, gefühlt das größte Irrtum, den größten Irrtum, den größten Mythos schon mal aus der Welt zu räumen, das Ganze gilt für B2B-Geschäftsbeziehungen. Das heißt, da muss sich Oma Erna, 80 Jahre, keine Sorgen machen, dass sie jetzt von ihrem Stromversorger nur noch eine unleserliche Datei bekommt, sondern das gilt für Unternehmenskunden und für alle anderen ändert sich sowieso gar nichts. Das war gefühlt die größte Sorge überhaupt und genau, ehrlicherweise ist die häufigste Frage, auch inhaltliche Frage eher gewesen, was soll das eigentlich? Also warum kann man nicht einfach auch weiterhin in Zukunft Papier und PDFs durch die Welt schicken? Vielleicht kannst du das beantworten. Tja, diese Warum-Frage zu beantworten, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Es gibt im europäischen Mehrwertsteuersystem ein großes Prinzip und dieses Prinzip nennt sich das Bestimmungsland-Prinzip. Es ist so, dass wir in der EU also ein abgestimmtes Mehrwertsteuersystem haben. Das heißt, die Polen haben beispielsweise ähnliche Regelungen wie die Deutschen und auch wiederum ähnliche Regelungen wie die Franzosen. Also innerhalb der Europäischen Union, freier Binnenmarkt, Dienstleistungswaren und Dienstleistungsfreiheit und solche Dinge, gibt es ein weitestgehend harmonisiertes Umsatzsteuersystem und man hat sich dann Gedanken darüber gemacht, wenn wir grenzüberschreitende Umsätze haben, also Melchior liefert jetzt ein Produkt an einen französischen Unternehmer, dann stellt sich natürlich die Frage, deutsche Mehrwertsteuer oder französische Mehrwertsteuer? Wo soll jetzt hier die Mehrwertsteuer greifen? Und die Frage ist ja wichtig, einerseits für die Frage, welcher Staat darf die Kohle behalten und andererseits aber auch für die Frage, welcher Steuersatz findet hier Anwendung, weil die Steuersätze sind nicht vereinheitlich. Da kann jedes Land in der EU grundsätzlich mal selber entscheiden, wie hoch die Steuer sein soll. Und diese Frage wird letztlich gelöst von dem Bestimmungsland-Prinzip. Also im Beispiel, was ich von Melchior gemacht habe, würde hier französische Umsatzsteuer anfallen. Es gibt da einen Mechanismus, der nennt sich dann innergemeinschaftliche Lieferung, innergemeinschaftliche Erwerbe. Und im Rahmen dieses Mechanismus kann es mir passieren, dass ich eine sogenannte zusammenfassende Meldung machen muss. Und der ganze Sinn von dieser E-Rechnung ist eigentlich, dass die EU diese zusammenfassende Meldung abschaffen möchte. Es geht also vordergründig um grenzüberschreitende Sachverhalte dort. Diese zusammenfassende Meldung soll abgeschafft werden. Und weil man aber diesen Kontrollmechanismus braucht, will man dann ein neues Meldesystem schaffen. Das heißt, perspektivisch ist gedacht, dass diese Rechnungen dann an die Finanzverwaltung gesendet werden als Datensatz. Und daraus kann die Finanzverwaltung die Daten dann rausziehen, die sie heute aus dieser zusammenfassenden Meldung bekommt. Also das Thema ist ein bisschen größer. Der Grund, warum es diese E-Rechnung überhaupt gibt, liegt in diesem EU-System. Es geht immer um die grenzüberschreitenden Sachverhalte. Und es geht um dieses Meldesystem. Das Meldesystem wird aber nicht vor 2028 kommen. Das ist also noch in weiter Ferne, in weiter Zukunft. Nur man musste, damit man das überhaupt später mal umsetzen kann, überhaupt erst mal diese Datei, dieses Dateiformat schaffen, was dann später über diesen Server laufen soll. Und das ist die E-Rechnung. Und deswegen hat man gesagt, wir füllen jetzt mal die E-Rechnungspflicht ein. Die hat jetzt ab 2025 fürs Erste noch keinen tieferen Sinn. Aber man soll eben die Wirtschaft oder man möchte die Wirtschaft darauf einstellen, diese Formate zu benutzen. Und später wird das Ganze dann auf einmal Sinn ergeben, wenn dieses Meldesystem kommt. Ja, gerade in dem Kontext, und ich habe gesagt, ich habe die meisten Kommentare auf TikTok bekommen. Da gibt es ja auch irgendwie eine gewisse Tendenz. Und ich glaube, es ist auch zutiefst menschlich, das, was wir heute haben, das kennen wir. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Rechnung verschicken, das kennen wir halt. Und da wissen wir, was daran gut ist, was daran auch nicht gut ist und so weiter. Aber es ist uns bekannt. Und wenn jetzt immer irgendjemand von uns etwas anderes möchte, dass wir irgendwas anders machen, dann kommen da erstmal bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehbar Vorbehalte. Aber was ich tatsächlich relativ häufig lese, ist, der Bürger soll gläsern gemacht werden. Es ist vollkommene Überwachung und Überwachungsstaat und sowas. Und auch da an der Stelle, das gilt ja nur für Umsätze, für Rechnungen zwischen Unternehmen. Und da in dem Kontext wirklich mal Hand aufs Herz, was machen wir denn, wenn das Finanzamt von uns Nachweise und Rechnungen sehen möchte? Weil wir zum Beispiel die Umsatzsteuer, also die ausgewiesene Umsatzsteuer von Eingangsrechnungen als Vorsteuer in der Umsatzsteuervormeldung gelten machen wollen. Was machen wir denn da faktisch? Wir reichen denen doch sofort die Rechnung ein, weil wir das Geld wiedersehen wollen. Das ist ja sowieso so, dass das Finanzamt, wenn das Finanzamt Informationen von uns haben möchte, wir geben sie ihnen ja doch heute jetzt sowieso schon. Das heißt, es ist ein vollkommener Irrglaube, dass wir jetzt sagen, das Ganze ist jetzt eine groß angelegte Kampagne, dass wir alle plötzlich gläsern werden. Ein Unternehmen in der Finanzbuchhaltung ist sowieso schon gläsern. Es ist halt nur sehr manuell gläsern, weil jederzeit jemand mit der Betriebsprüfung vor der Tür stehen kann und sich einfach die Buchhaltung angucken kann. Das ist ja heute auch schon der Fall. Was passiert, wenn man das nicht macht und sagt, nee, ich verrate dich nicht? Ja, dann schätzt das Finanzamt die Besteuerungsgrundlage, also den Gewinn und Umsatz und so weiter. Das heißt, auch da ist das jetzt keine, das ist jetzt kein neuer Schritt oder sowas, sondern die Veränderungen, wie du eben auch schon gesagt hast, sind am Ende gar nicht so groß. Weil rein faktisch verändert sich das Dateiformat, in dem wir Rechnungen verschicken. Das ist vom Prinzip alles. Es ist schon immer gesetzlich vorgeschrieben, was in so einer Rechnung drinstehen sollte. Also Rechnungsempfänger, Rechnungsaussteller, die Art und Art der Leistung oder des Produktes, der Preis, der Umsatzsteuersatz, Leistungsdatum, Rechnungsdatum und all die ganzen Sachen. Es steht in § 14 Umsatzsteuergesetz, kann jeder nachgucken, ist tatsächlich relativ gut lesbar, das kann jeder, auch der sich mit Steuerrecht nicht auskennt, sehr, sehr leicht verstehen. Was tatsächlich nie gesetzlich vorgeschrieben war, ist, wie diese Rechnung geschrieben werden muss. Und tatsächlich habe ich in dem Kontext recherchiert, was mir gar nicht bewusst war, man darf nicht nur Rechnungen in Word und Excel schreiben, das ist vollkommen in Ordnung, man darf Rechnungen sogar in einem offenen Excel- und Word-Dokument verschicken, überhaupt gar kein Problem, kann man machen. Ist ehrlicherweise später in der Buchhaltung ein riesengroßes Problem, weil man die Unveränderbarkeit ist ein bisschen schwierig in offenen Dateien, aber grundsätzlich darf man in einer Word-Datei. Man darf auch eine Rechnung mit Stift auf dem Zettel Papier schreiben heute. Das ist alles vollkommen rechtlich legitim und ich glaube, da hinzugehen und zu sagen, wir brauchen irgendwie auch für die Beschleunigung der ganzen Steuerabwicklung, brauchen wir einen einheitlichen Standard. Das ist so ein bisschen überfällig. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich blicke da ja nicht aus der Brille der Finanzverwaltung, sondern sehr von jemandem, der Steuersoftware gebaut hat und Rechnungen zu verschicken, ist das Uneffizienteste, was man sich nur vorstellen kann. Wir müssen uns das nur mal grob vor Augen halten, was da passiert. Da ist ein Unternehmen, das erbringt eine Leistung, das überlegt sich dann, dafür möchte ich Geld haben, tippt in seinen Computer Zahlen und Buchstaben ein, druckt das dann aus, wirft das in den Briefkasten, da fährt jemand physisch irgendwo hin, holt das ab, fährt das woanders hin, da macht irgendjemand anderen den Brief auf, macht das wieder auf und tippt die exakt gleichen Zahlen und Buchstaben, die jemand anderes da schon mal in einem elektronischen System hatte, wieder ab, um es denn bei sich im elektronischen System zu haben. Es ist aber eher exakt das Gleiche. Und da sage ich ganz gerne, so ein Brief ist ja auch ein Datenträger. Es ist halt nur der denkbar schlechteste Datenträger, weil stehen Daten drauf, also es ist ein Datenträger. Und wenn man sich das mal so vor Augen hält, wie absurd das eigentlich ist, Papierrechnung zu verschicken und dass man das doch eigentlich deutlich automatisieren könnte. Und irgendwo muss man halt anfangen. Und ein einheitliches Dateiformat ist ehrlicherweise kein riesengroßer Schritt, aber es ist der erste Schritt hoffentlich zu irgendwann einer automatisierten Buchhaltung. Ja, also dem kann ich zu 100 Prozent zustimmen. Was die, ich sage mal, Datensicherheit oder der gläserne Bürger betrifft, da gibt es, glaube ich, andere Vorhaben, die da eher kritisch zu bewerten sind, weil es ist, wie du sagst, es ist sowieso alles transparent, was die Buchhaltung betrifft, muss es auch im Endeffekt sein. Ich muss auch als Hochzeitsfotograf, wenn ich Brautpaare fotografiere, in Zukunft keine E-Rechnung ausstellen. Theoretisch muss ich überhaupt gar keine Rechnung ausstellen. Das Umsatzsteuergesetz sagt, im Falle B2C kann ich eine Rechnung ausstellen. Ich bin dazu berechtigt, ich muss es aber gar nicht. Wenn die Kunden sagen, ich brauche keine Rechnung, muss ich keine Rechnung ausstellen. Ich muss natürlich die Einnahme aufzeichnen in meiner Buchhaltung. Aber ich sage mal, der Hochzeitsfotograf wird auch in Zukunft mit der E-Rechnung nichts zu tun haben. Jedenfalls nicht in seinem Rechnungsausgang. Der wird halt nur in einem anderen Format von seinen Lieferanten, von größeren Unternehmen, Handy-Rechnungen und solche Sachen, die wird er halt in einem anderen Format als der PDF bekommen. Aber ansonsten, der hat mit der E-Rechnung im Rechnungsausgang und auch mit diesem Meldesystem, was da geplant ist, im Kern erstmal überhaupt nichts zu tun. Also was die Datensicherheit betrifft, gehe ich da zu 100% mit. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die E-Rechnung ein großer Vorteil ist sogar, weil sie einiges beschleunigt. Also es ist ja nicht nur, wie du gesagt hast oder wie du geschildert hast, mit diesen Papierrechnungen aufwendigst, sondern auch wenn ich eine PDF verschicke. Auch das ist ja das gleiche Dilemma. Du tippst die Daten digital in einem Rechnungsschreibungsprogramm ein, von mir aus auch in Word oder Excel. Dann wandelst du das in eine PDF um, was ja im Kern auch nur eine Form der Bilddatei ist. Das heißt, du kannst die Daten per se erstmal nicht extrahieren. So, dann geht der Empfänger nicht nur hin und tippt die Sachen ab oder tippt die Bankverbindung ab, um die Überweisung zu tätigen, sondern er scannt das vielleicht oder beziehungsweise scannen muss er es nicht als PDF, aber er lässt eine Texterkennung drüber laufen. Und mit dieser Texterkennung erfasst er es dann in seiner Buchhaltungssoftware, wie LexOffice, Cevdesk, Dativ-Unternehmen, Online, diese ganzen Tools. Die haben ja alle eine Texterkennung drin, damit dann aus dieser PDF die Daten digital extrahiert werden und vorbelegt werden, was teilweise auch noch fehlerbehaftet ist, was auch mal mehr oder mal besser, mal schlechter funktioniert. Das heißt, du musst dann trotzdem nochmal abgleichen, ob die Daten stimmen. Das ist also selbst mit einer PDF immer noch ein wahnsinnig aufwendiger Workflow. Zwar nicht so aufwendig wie mit dem Brief, aber auch jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ich habe zum Beispiel letzte Woche mal eine E-Rechnung geschrieben gehabt und habe die dann auch mal in ein solches Tool reingeladen. Und es ist halt alles vorbelegt. Dadurch, dass die E-Rechnung eben ein strukturiertes Datenformat ist und nicht eine Art Bilddatei, wo ich erstmal die Daten raus extrahieren muss mit einer Texterkennung, ist halt alles schon digital da. Und das spart mir de facto sogar Zeit. Deswegen glaube ich, es ist unter Umständen, je nachdem wie man bisher gearbeitet hat als Selbstständiger, vielleicht ein kleiner Umstellungsaufwand. Also ich sage mal, die Fraktion, die ihre Rechnungen mit Word und Excel schreibt, die wird gegebenenfalls mal auf ein richtiges Rechnungsschreibungsprogramm umswitchen müssen, was aber ehrlicherweise auch sowieso zu empfehlen ist aus meiner Wahrnehmung. Also nicht fürs Rechnungsschreiben tatsächlich, da war ich selber überrascht tatsächlich, aber für die Buchhaltung. Also die Buchhaltung mit Word und Excel GOBD-konform hinzubekommen. Ja, aber du musst ja auch fortlaufende Rechnungsnummern haben. Das heißt, du müsstest ja, wenn du manuell eine Rechnung mit Word schreibst, erstmal gucken, was war die letzte Rechnung und bei welcher Rechnungsnummer war ich. Da musst du das alles abtippen. Dann kannst du auch keine Artikel und Positionen anlegen, die immer mal wieder kommen. Also allein der Zeitaufwand, das jedes Mal wieder neu anzulegen und dann dafür noch zu schauen, dass das alles seine Richtigkeit hat, das ist absurd. Also es gibt so günstige Rechnungsschreibungsprogramme. Warum soll ich mit Word und Excel meine Rechnung schreiben? Also ich verstehe es wirklich nicht. Wer die 10 Euro nicht hat im Monat, der soll nicht selbstständig sein. Also ich habe es tatsächlich relativ häufig gehört, auch im Kontext von einfach nebenberuflicher Selbstständigkeit. Das ist dann, ich würde mal sagen, ein erweitertes Hobby, was jetzt halt irgendwie Gewinne abwirft. Und weil es Gewinn abwirft, ist es halt kein Hobby mehr für das Finanzamt, sondern es ist halt eine Selbstständigkeit. Und das gibt es ja relativ häufig, gerade jetzt auch, ich meine, wir jetzt machen Podcasts, machen Videos. Das sind ja ganz viele Leute, so Content-Creator, die sind eher so aus Versehen selbstständig geworden. Und da kann ich das in gewisser Weise nachvollziehen. Aber wenn es wirklich nur 3, 4, 5, 10 Rechnungen pro Jahr sind, dann hat fast jedes Online-Buchhaltungsprogramm auch irgendeine kostenlose Version. Da gibt es einige Anbieter am Markt, wo man tatsächlich auch mit so einem Buchhaltungsprogramm einfach so 5 Rechnungen im Jahr schreiben muss, das kostet dann gar nichts. Für die Software ist das natürlich die Logik, weil sie davon ausgeht oder wissen, dass ein gewisser Prozentsatz irgendwann größer wird und die Kunden dann natürlich bleiben, wenn es kostenpflichtig wird. Das heißt, auch für die nebenberuflichen Selbstständigen vielleicht einfach nur mal die Augen aufhalten, was man da auch schon an kostenloser, professioneller Software benutzen kann. Und das ist meine, wir reden heute so ein bisschen über potenzielle Geschäftsmodelle, weil gefühlt egal, welches Problem ich auf der Welt sehe, sehe ich ein Geschäftsmodell. Was ich glaube, wofür es Zeit wird, nächstes Jahr, ist ein Converter. Ich glaube nämlich, ich habe eine Umfrage gemacht, auch im Community-Tab, da hat ungefähr 20% der Leute gesagt, dass sie mit Word und Excel ihre Rechnungen schreiben. Es waren 20 bis 30, es waren sogar ein bisschen mehr. Und es ist das einfachste der Welt, weil unterm Strich, was ist eine E-Rechnung? Das ist bei einer X-Rechnung, also gibt es unterschiedliche Formate, können wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen, aber die X-Rechnung ist am Ende ein XML-File. Für jemand, der überhaupt gar keine Ahnung hat, der bisher immer nur mit Papier zu tun hat, ganz, ganz bildlich gesprochen ist das eigentlich die Bilddatei, die wir bisher auch haben. Das heißt, man kann das noch lesen, aber dahinter hängt sowas wie eine Excel-Tabelle, wo die ganzen Werte drin sind. Und deswegen funktioniert das, was du gesagt hast, dass das nicht optisch erkannt werden muss auf dieser Rechnung, sondern weil es einfach die Daten einfach quasi in der Datei mit dranhängen. Die können einfach ausgelesen werden und dadurch gibt es keine Verständnisprobleme oder Übersetzungsprobleme bei diesem Auslesen, sondern die Daten sind einfach da. Und ich garantiere, es wird irgendjemand einen Converter bauen. Sowas wie SmallPDF und so, so eine hübsche Webseite, wo du dann mit Word und Excel deine Rechnung hochladen kannst, ziehst du einfach rein, sagst als X-Rechnung wieder runterladen und dann hast du dein XML-File und kannst es weiterladen. Weil ich glaube schon, dass es immer Leute geben wird, die sagen, ich mache es halt damit. Und ich garantiere, irgendjemand wird diesen Converter bauen und damit Millionen Unternehmen haben. Ich garantiere es. Oder aber es machen die großen Anbieter, wie zum Beispiel so ein LexOffice oder so, dass sie das einfach als Lead-Generierungstool haben. Dann musst du die E-Mail-Adresse da lassen, dann musst du den LexOffice benutzen, aber du kannst deine Word und Excel-Tabelle, der Word und Excel-Rechnung halt hochladen und als X-Rechnung wieder runterladen. LexOffice, falls ihr zuhört, war meine Idee. Ich wirke daran gerne mit. Kleine Provision für diesen Podcast, für den Weiterbetrieb dieses Podcasts. Nein, aber ich glaube tatsächlich, so was wird kommen. Und von daher glaube ich, diese ganze Aufregung ist vollkommen unbegründet. Ich habe es auch ausprobiert, eine X-Rechnung zu schreiben, gerade die Woche. Es ist gar nichts anders. Also ich mache meine Buchhaltung mit LexOffice. Ich trage da meine ganz normalen Daten ein, Zahlen ein und statt runterladen als PDF, klicke ich auf runterladen als X-Rechnung und dann habe ich halt eine X-Rechnung und verschicke die. Es hat sich im Workflow von der Dauer, wie lange es dauert, eine Rechnung zu schreiben und so einfach exakt null verändert. Gar nichts. Man merkt es nicht mal. Wenn man nicht genau hinliest, sieht man dieses X vor X-Rechnung runterladen gar nicht. Vorstand der Rechnung runterladen, jetzt steht der X-Rechnung runterladen. Nichts anderes ändert sich. Und zum Thema Empfang, also was ändert sich ab dem 1. Januar 2025? Wir müssen in der Lage sein, eine X-Rechnung zu empfangen. Das geht mit einer E-Mail-Inbox, weil es ist halt eine Datei. Es ist einfach nur so ein Pfeil und das kann man per E-Mail verschicken beispielsweise. Das heißt, man ist ab dem 1. Januar 2025 gesetzlich dazu verpflichtet, als Unternehmen in Deutschland eine E-Mail-Adresse zu besitzen. Das ist das, was sich faktisch zeitnah ändern will. Und ich glaube, das ist verkraftbar. Wenn ich da kurz einhaken darf. Also ich sage mal, diese Word und Excel-Rechnungsschreiberei, die mag in manchen Dingen gerechtfertigt sein. Und wenn du wirklich sagst, du machst das jetzt im Nebenerwerb, ganz kleiner Rahmen, okay. Aber ich meine eigentlich, selbst im Nebenerwerb lohnt sich eine Software. Also ich bin ja jetzt auch nicht bei LexOffice gesponsert und sowas. Und ich habe auch verschiedene Selbstständigkeiten gehabt, auch kleinere Projekte. Ich habe auch Mandanten, die ein paar Euro im Jahr sich nebenbei verdienen, indem sie irgendwelche T-Shirts verkaufen und so ein Zeug. Also jetzt keine Riesenunternehmer, die nutzen trotzdem alle LexOffice. Weil ich denen das empfohlen habe und weil sie dann aber auch von sich aus gesagt haben, ja, das erleichtert mir die Arbeit. Das ist mir die 10 Euro im Monat oder was das kostet. Das ist jedenfalls nicht allzu viel Geld. Das ist es mir wert. Und wenn es wirklich an diesem Geld scheitert, dann würde ich nochmal die Selbstständigkeit insgesamt überdenken. Trotzdem, man kann natürlich Word und Excel nutzen. Es wird vielleicht so einen Converter geben, wie du sagst. Man munkelt aber auch aus Kreisen der Finanzverwaltung, dass es perspektivisch jetzt nicht unbedingt ab 2025, vielleicht eher ab 2027 sogar möglich sein könnte, über eine Lösung der Finanzverwaltung, die dann kostenlos sein soll, E-Rechnungen zu versenden. Also wer weiß, vielleicht können wir eines Tages auch über Elster unsere Rechnung schreiben und dann hätte sich das mit diesem Converter oder mit diesen Word-Excel-Kollegen auch erledigt, weil dann könnte man es über Elster machen und könnte sich sogar noch diese 10 Euro sparen. Also ich würde mir auf jeden Fall nicht in die Hose machen. Es gibt für 10 Euro im Monat auf jeden Fall eine Lösung und es gibt wahrscheinlich auch für noch weniger Geld. im Monat eine Lösung und daran sollte es nicht scheitern. Und wie gesagt, dieses Rechnungsschreiben nach außen hin ist sowieso erst ab 2027 vorgeschrieben. Du kannst bis Ende 2026 immer noch in deinem Rechnungsausgang eine PDF versenden. Was wichtig ist, ist, dass du eine Rechnung empfangen kannst. Deswegen brauchst du eine E-Mail. Es ist natürlich aber auch wichtig, dass du die Rechnung auch vernünftig öffnen kannst. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du bekommst die Rechnung, also es gibt zwei Formate. Es gibt die X-Rechnung, die Melchior angesprochen hat. Das ist diese XML-Datei. Die kannst du mit einem Code-Reader öffnen und dann siehst du halt einen Computer-Code. Dann sind da Variablen drin. Dann gibt es da so eine variable Verkäufername. Natürlich alles auf Englisch und eigenständig kodiert. Und dann steht dann da der Name des Verkäufers. Also du kannst ein bisschen was erkennen. Du kannst dir das öffnen. Du verstehst auch, was die Rechnung von dir will. Aber es ist natürlich nicht komfortabel, mit einem Code-Reader diese X-Rechnung zu bearbeiten. Das heißt, es macht auch Sinn, ab 2025 diese Rechnung öffnen zu können. Wenn du jetzt so ein Buchhaltungssystem nutzt, LexOffice, Cevdesk, Dativ-Unternehmen online, in der Regel können die auch X-Rechnungen öffnen beziehungsweise bis dahin werden sie es mit Sicherheit können. Manche müssen da jetzt noch ein bisschen was nachbauen an Funktionalität. Aber es heißt aus diesen Kreisen, diese Systeme alle, die sollen ab 2025 das auch öffnen können. Das heißt, da würdest du einfach diese XML per Drag & Drop reinziehen, genauso wie du bisher die PDF reinziehst. Und dann würdest du da eine vernünftige Vorschau dieser Rechnung bekommen. Es gibt aber da sogar schon Stand heute ein kostenloses Tool. Das nennt sich Ultramarine-E-Rechnung-Viewer. Habe ich auch ausprobiert. Also einfach mal bei Google eingeben. Wird von verschiedenen Verbänden auch empfohlen. Und damit kannst du diese X-Rechnung, diese XML-Datei öffnen. Und der erzeugt dir dann eine lesbare Datei, die du vernünftig dir anschauen kannst und die du auch vernünftig überweisen kannst. Das heißt, wer so ein Buchhaltungssystem hat, von denen, die ich gerade aufgezählt habe, der wird aus meiner Sicht gar keine Probleme bekommen. Und auch wer so ein System nicht hat, der lädt sich halt so einen Viewer runter. Es gibt auch noch einige andere. Aber dieser Ultramarine war kostenlos. Der kann sich dann zumindest diese Rechnung angucken, kann sie bezahlen und kann sie genauso weiterverarbeiten, wie er letztlich bisher die PDFs weiterverarbeitet hat. Und was dann ab 2027 im Rechnungsausgang kommt, werden wir mal sehen. Aber das nur so als kleine Ergänzung. Also X-Rechnung ist das eine Format, das zweite ist Zugpferd. Damit hast du sowieso kein Problem, weil Zugpferd quasi eine PDF-Datei ist nach außen, die aber so eine XML eingebettet hat. Das heißt, die kannst du auch mit einem normalen PDF-Programm öffnen. Da musst du also im Prinzip auch nichts umstellen. Das kannst du sogar noch einfacher öffnen als die XML. Aber deswegen meine ich, gerade für Selbstständige, ist der Umstellungsaufwand sehr, sehr überschaubar. Und ich glaube, dass es langfristig vieles beschleunigt, weil du brauchst nichts mehr abzutippen, brauchst keine Texterkennung mehr. Also wenn die ganzen Schnittstellen und so weiter passen, geht halt die Buchhaltung deutlich schneller mit diesen neuen Formaten. Und was ich perspektivisch ganz spannend finde, ist, wenn das, was du sagst, wenn man quasi von einem Tool der Finanzverwaltung, ich sage es mal ganz plakativ, wenn du mit Elster Online in Zukunft deine Rechnung schreiben kannst, kostenlos, stellt sich natürlich irgendwann die Frage, wenn ich darüber meine Ausgangsrechnungen verschicke, unter Umständen die Möglichkeit habe, meinen Rechnungseingang auch irgendwie zu dokumentieren oder das im Loop zu halten, da stellt sich irgendwann die Frage, wie viel muss eigentlich noch gemacht werden für so eine Umsatzsteuervoranmeldung? Und das wird dann halt irgendwann sehr, sehr spannend, wenn die Daten sowieso schon da sind. Das heißt, wenn ich mir eine Rechnung sowieso schon quasi über Elster Online gestellt habe und geschrieben habe und dann ist ja meine quasi die Umsatzsteuerpart, meine Umsatzsteuererklärung und Umsatzsteuervoranmeldung erledigt. Die Frage ist, was kann ich noch gegenrechnen? Aber das ist meine persönliche Hoffnung, dass wir irgendwo uns auf einem Weg befinden, dass man so eine automatisiert veranlagte Umsatzsteuervoranmeldung hat. So ein bisschen so wie in der privaten Einkommensteuererklärung, da gibt es ja ganz viele Informationen, die quasi von zum Beispiel der Krankenversicherung schon an die Finanzverwaltung übermittelt wird und ich kann, wenn ich meine Einkommensteuererklärung mache, quasi diese Daten abrufen. Ich muss gar nicht auf diesen Brief warten von der Krankenversicherung, was ich denn in diesem Jahr gezahlt habe oder meine Kontoauszüge durchsuchen, sondern ich kann diese Informationen einfach direkt abrufen und das spart natürlich Zeit. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich kann in Zukunft quasi über die Finanzverwaltung eine Rechnung schreiben, wie schön wäre das denn, wenn ich diese Umsätze oder diese Zahlen einfach direkt schon abrufen kann oder die einfach verfügbar sind und ich kann sie dann im Zweifel nochmal ein bisschen ergänzen und dann ist die Umsatzsteuervoranmeldung vielleicht auch einfach erledigt. Und das ist so ein bisschen die Fantasie, die ich so ein bisschen aus Automatisierungsperspektive habe, dass wir vielleicht irgendwann dahin kommen, dass wir unterjährig gar nicht mehr über Umsatzsteuervoranmeldung sprechen, weil das Unterjährige zumindest sowieso einfach erledigt wird. Dann macht man einmal im Jahr noch eine Umsatzsteuerjahreserklärung, um so die Feinheiten glatt zu ziehen. Man hat ja auch immer noch so ein paar Sachen, Heimarbeitsplatz, irgendwelche Privatanteile zu berechnen, Fahrtenbuch genau vom Auto, die auch die Umsatzsteuer zu korrigieren und so weiter. Man hat ja immer noch so ein paar Kleinigkeiten, aber so eine automatisierte Umsatzsteuervoranmeldung und ganz, ganz wichtig, da reden wir nicht über nächstes Jahr oder über nächstes Jahr oder das wird noch Jahre dauern, aber diese technische Umstellung, die ermöglicht für die Zukunft vieles und zwar auch vieles von dem, was man eigentlich mit dem aktuellen Digitalisierungsgrad unserer Gesellschaft eigentlich auch rechnen sollte, dass das irgendwann mal möglich ist. Ich meine, auch wir müssen irgendwann mal digital erarbeiten und ich finde es fast witzig, dass sich auf der einen Seite alle beschweren, wie wahnsinnig analog wir arbeiten und auf der anderen Seite die Aufregung groß ist, wenn dann irgendjemand mal sagt, wir wollen es mal digitalisieren. Ja, ich finde den Gedanken interessant, aber ja, also wenn es dieses Tool eines Tages gibt, dann ist es ja nur optional, weil die ganzen Unternehmen, die mit Faktorierungssoftware ihre Rechnung schreiben, die werden das dann trotzdem nicht über dieses Finanzverwaltungsprogramm machen. Aber vielleicht über die Schnittstelle. Also in anderen Ländern, ist es zumindest bei Kassen, Kasse ja tatsächlich so, dass es quasi so direkt so Nachweis gibt, dass die Umsatzsteuer und die Daten gehen quasi direkt an die Finanzverwaltung. Das ist ja nicht, was vollkommen wild ausgedacht ist, das gibt es ja in anderen Ländern und wenn es die Schnittstelle, also zu dem Rechnungsstellungszeitpunkt, die Informationen schon fließen, dann muss man keine Vormeldungen machen und optional ist ja auch die Einkommenssteuerszenario, ist ja auch optional. Ich kann ja trotzdem noch, obwohl das Finanzamt die Daten und meine Krankenversicherung hat, kann ich sie ja trotzdem noch aus meinen Kontoauszügen zusammenkramen und trotzdem einfach manuell eintragen und das Finanzamt melden. Das ist halt nur nicht mehr notwendig. Das heißt, unterm Strich ist auch das optional. Aber genau, mal sehen, das ist nichts, was zeitnah passiert, aber ich finde zumindest den Gedanken ganz schön. Ich habe in den Kommentarbereich unter dem Video, was ich dazu gedreht habe, ein schönes Bild, also von jemandem, der das erzählt hat und verglichen hat mit Kontoüberweisungen. Früher war es auch super schwierig, Geld von A nach B zu überweisen. Gerade über Ländergrenzen hinweg war das gar nicht so einfach wie heute, dass man mal eben kurz eine Sofortüberweisung im SEPA-Raum macht und ein paar Sekunden später ist das Geld auf der anderen Seite da. Das ist aufwendig gewesen. Es hat Tage gedauert, unter Umständen international deutlich länger als ein paar Tage und auch da ist im Hintergrund ganz viel Standardisierung passiert. Und es ist eigentlich Wahnsinn zu glauben, dass wir das nicht im Rechnungsaustausch bräuchten. Idealerweise ist das ja genauso. Ich finde ehrlicherweise, selbst die E-Rechnungspflicht greift noch nicht weit genug, weil wenn ich schon eine Rechnung schreibe, dass ich sie überhaupt noch auf so einem komischen Wege wie einer E-Mail verschicken muss. Eigentlich hätte ich doch, wenn mir jemand eine Rechnung schreibt, würde ich idealerweise, wir machen ein Bild, du benutzt LexOffice, ich benutze LexOffice, du schreibst eine Rechnung, dass ich in dem Moment, in dem du erzählst, Rechnung verschicken und teilen, dass ich die in dem Moment direkt bei mir schon in meinem Buchhaltungsprogramm sehe. Warum müssen wir noch eine E-Mail schicken? Ich habe in dem ganzen NFT-Blockchain-Hype irgendwann mal mit einigen Leuten diskutiert, wie schön das eigentlich wäre, wenn man ein Original Rechnung hat. Weil wir beide müssen ja auch Original aufbewahren. Du musst denn deine Version von Original für das Finanzamt, für die Betriebsprüfung aufbewahren und ich auch. Also das, was du mir geschickt hast, muss ich auch irgendwie aufbewahren. Und ich dachte mir, es wäre doch eigentlich schön, wenn es einen neutralen Ort gibt, wo es einfach das eine Original gibt und wenn du eine Betriebsprüfung hast, kannst du darauf zugreifen und wenn ich eine Betriebsprüfung habe, kann ich darauf zugreifen und ich habe genau auf die Rechnung einen Zugriff, die für mein Unternehmen relevant ist. Und ich habe mal rumgesponnen, dass das theoretisch doch ein schöner Anwendungsfall gewesen wäre für eine Blockchain-Technologie, für NFT. Gut, dass das jetzt, ich würde mal sagen, mit der Finanzverwaltung, die wir haben, passiert, glaube ich nicht. Aber grundsätzlich finde ich den Prozess immer noch wahnsinnig uneffizient, dass du eine Datei erstellst und mir die über so einen vollkommen zufälligen Kanal schickst. Ich habe ehrlicherweise genug Geschäftspartner, die mir auf WhatsApp ihre Rechnung schicken. Ich fange jedes Mal an zu heulen, weil ich genau weiß, dass ich theoretisch jetzt den WhatsApp-Chatverlauf archivieren müsste, um die Aufbewahrungsfristen irgendwie einzuhalten und so weiter. Aber das ist ja das, was passiert. Wir benutzen immer mehr unterschiedliche Kommunikationskanäle und ehrlicherweise ist in dem Kontext es immer noch Wahnsinn, dass wir eine Datei erzeugen und diese Datei dann von A nach B schicken und die nicht einfach die Buchhaltungsprogramme oder die Accounts nicht einfach direkt miteinander sprechen. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu weit gedacht. Wobei ist das, was du sagst, das gibt es tatsächlich im Konzernbereich auch schon. Das nennt sich EDI. Das ist so eine Art Übermittlungsprotokoll. Da kannst du das vereinbaren unter zwei Unternehmen und dann wird quasi über diesen Weg direkt die Rechnung versendet und ist dann meistens direkt in dem ERP-System des Konzerns, des Kunden dort und die können das dann dort direkt weiterverarbeiten. Da braucht man allerdings auch so eine ID-Nummer, damit das dann an der richtigen Stelle auch rauskommt und sowas. Also im Konzernbereich gibt es das. Für kleinere Selbstständige, da kenne ich das jetzt nicht. Ich nutze es selber auch nicht. Ich weiß nur von größeren Industrieunternehmen, die haben das schon mal untereinander, dass sie das über diesen Weg tatsächlich schicken. Also es ist nicht so, als würde es die Technologie in der Form nicht geben. Ja, gehört habe ich es auch. Ich habe ehrlicherweise meine Konzernhistorie, ich weiß nicht, darf man KPMG als Konzern bezeichnen? Wahrscheinlich eher noch nicht. Das ist das größte Unternehmen, für das ich jemals gearbeitet habe. Und auch wenn ich sehr gemochte, liebe Grüße an meine ehemaligen Kollegen, ich werde auch in Zukunft nicht mehr in so großen Unternehmen arbeiten, weil das nicht die Umgebung ist, in denen ich mich wohlfühle, um es mal so zu sagen. Ja, spannend. Wie schätzt du denn, du hast auch gerade so über Fristen gesagt, aktuell jetzt 1. Januar 2025 und 1. Januar 2027, muss man es dann auch schreiben können, wobei auch da gibt es ja jetzt auch eine Verlängerung schon für kleine Selbstständige, die unter bestimmten Umsatzgrenzen liegt, das verlängert und eigentlich redet heute die ganze Welt schon darüber, das wird noch dreimal weiter verschoben. Wie schätzt du das ein? Vielleicht vorhin noch ganz kurz meine Vorhersage. Ich habe ja schon erzählt, der Converter, das ist die neue Geschäftsidee. Wer jetzt nicht so auf Softwareentwicklung steht, habe ich ja etwas anderes. Und zwar die kleinen Selbstständigen, die haben ehrlicherweise kein Problem. Die sollen sich für irgendein Buchhaltungsprogramm entscheiden und das Problem ist gelöst oder in Zukunft für den Converter. Was denn, der noch nicht existiert, möchte ich an der Stelle sagen, Geschäftsidee. Man muss aber schnell sein, wenn das stimmt, was Ken sagt, dass die Finanzverwaltung anders arbeitet. Dann ist das Zeitfenster, in dem man damit Geld verdienen kann, nicht so besonders groß. Wo ich glaube, wer Umsatz seines Lebens machen wird, ist bei der Implementierung dieser Systeme, des E-Rechnungsschreibens. Weil die ganzen kleinen Selbstständigen irgendwie bis zu 20, 30 Rechnungen im Monat, das ist nicht kompliziert. Da wechselt man das Buchhaltungsprogramm, idealerweise zum Jahreswechsel, damit man einen sauberen Übergang hat. Mittelständler, die werden ein Problem haben, weil die müssen ganz, ganz viel umstellen. Und ich glaube, es wird so laufen, wie jede gesetzliche Änderung laufen wird. Empfangen können wir alle heute quasi schon. Aber die Datenschutz-Grundverordnung beispielsweise hatte auch eine zwei Jahre Übergangsphase. Und zwei Monate vor Ablauf dieser Übergangsphase sind alle vollkommen ausgerastet, Panik ausgebrochen und keiner wusste mehr, wie in dem Kopf steht. Und genau das wissen wir heute schon, dass das Ende 2026, muss es denn sein, 26 passieren wird. Das heißt, wir können jetzt schon die Uhr danach stellen. In zwei, zweieinhalb Jahren werden alle absolut ausrasten, vollkommen hilflos sein, ihren Steuerberater mit Anrufen und E-Mail-Anfragen überholfen. Die Steuerberater haben diese Expertise meistens gar nicht, diese Software-Expertise gar nicht. Die können zwar fachlich antworten, aber die richtige Software auszuwählen und zu implementieren bei den Mandanten, werden sie vollkommen überfordert sein. Das heißt, wer in den nächsten zwei Jahren quasi in der Digitalisierungsberatung, IT-Beratung und so weiter richtig Geschäft machen möchte, würde ich sagen, sich jetzt die nächsten Monate mal mit dem Thema beschäftigen, sich mit möglichen Softwarelösungen beschäftigen und spätestens in ein, anderthalb Jahren brummt der Laden, aber sowas von, gut, man muss dann damit rechnen, dass man dann in drei, vier Jahren, wenn die Einführung dann durch ist, dass die Aufträge dann wieder vorbei sind, aber es ist, man kann heute schon die Uhr stellen, dass wir in zwei Jahren Riesenaufschrei haben und Forderungen nach Fristverlängerung und noch mehr Zeit und Dings, das funktioniert nicht und theoretisch wissen das heute schon. Wie ist deine Einschätzung bezüglich der Frist? Ab wann werden wir das im Finale, bis wann werden wir das Finale eingeführt haben? Ja, ich sehe das tatsächlich, also ich würde das unterstreichen, was du, was du sagst. Das wird mit Sicherheit so laufen. Also der kleine Selbstständige, darauf bezog sich auch eben meine Aussage, der hat insofern für 2025 kein Problem, weil er kann mit einem kostenlosen Viewer sich die XML anzeigen lassen, er hat ein E-Mail-Postfach, das heißt Rechnungseingang ist kein Problem, Rechnungsausgang für diese Leute auch kein Problem, im Zweifel brauchst du halt ein richtiges Buchhaltungsprogramm, sowas wie LexOffice oder vielleicht nutzt du dann das von der Finanzverwaltung, so denn es bis dahin kommt. Das heißt, da gibt es einfach kein Problem. Aber in der Tat, der Mittelstand oder generell größere Unternehmen, die haben immer das Problem, dass die größere DMS-Systeme benutzen, Dokumentenmanagement-Systeme. Und in diesen DMS-Systemen, da ist es ja auch so, dass, also bisher läuft es dann meistens in diesen Unternehmen wie folgt ab, die Rechnung geht per E-Mail ein, dann wird diese Rechnung, die per E-Mail eingeht, in diesem Dokumentenmanagement gespeichert und dann gibt es diese Datei, du kannst da draufklicken, du siehst die Vorschau dieser PDF und an dieser Datei hängen jetzt verschiedene Freigabe-Workflows. Das heißt, die Rechnung geht jetzt also zu Holger aus dem Marketing. Der Holger aus dem Marketing gibt die jetzt sachlich frei, setzt einen Stempel drauf, geprüft in Ordnung. Wenn der Stempel geprüft in Ordnung draufgesetzt ist, hängt ein Freigabe-Workflow dahinter, der schickt dann automatisch die Rechnung zu Hildegard aus der Buchhaltung. Hildegard bucht die Rechnung beziehungsweise kontiert sie, drückt auf gebucht, dann wird sie archiviert. Also meistens hängen dort verschiedene Workflows in diesen DMS-Ketten mit drin. Und wenn das Dokumentenmanagement-System, was die nutzen, nicht imstande ist, diese XML beispielsweise der X-Rechnung zu verarbeiten, dann bekommt auf einmal Holger, wenn er auf die Datei klickt, nichts mehr Sinnvolles angezeigt. Also kann er diese Rechnung nicht freigeben. Das heißt, da ist es beispielsweise essentiell, dass die ganzen Anbieter von DMS-Systemen nachziehen und imstande sind, aus dieser XML-Datei eine vernünftig lesbare Vorschau für Holger zu generieren, damit Holger eben diese Rechnung freigeben kann. Das ist meines Erachtens die eine Baustelle und diese Baustelle existiert sogar heute schon, weil das muss ja schon ab 2025 klappen. Also ich mache viele Schulungen bei Unternehmen, die beschäftigen sich heute schon mit dem Problem. Das mit dem Rechnungsausgang gehen die auch noch gar nicht an, weil die müssen erst mal das Problem lösen. Rechnungsausgang wird dann 25 und 26 glatt gezogen. So ist es jedenfalls bei vielen geplant und meines Erachtens auch da gibt es dann gerade in den Details doch wieder sehr, sehr viele Dinge, die man beachten muss, um diese XML-Dateien und so weiter richtig zu erzeugen. Und was ja auch noch dazu kommt, das ist ja nicht nur das Thema E-Rechnung. Die E-Rechnung ist ja nur ein kleiner Baustein, sondern Themen wie Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, GOBD abgekürzt, Verfahrensdokumentation, Aufbewahrungspflichten, die Frage, wie muss ich eigentlich E-Mails auch archivieren, wie muss ich diese ganzen Dateien archivieren, wie werden die verbucht? Also diese ganzen Themen rund um GOBD, um Prozessoptimierung, werden in Zukunft noch viel, viel wichtiger. Und die Finanzverwaltung hat, oder nicht die Finanzverwaltung, sondern der Gesetzgeber, hat in der Abgabenordnung beispielsweise auch eine neue Vorschrift geschaffen zum 01.01.2023 und hat gesagt, wenn aus dem Einzelfall ein Anlass besteht, die sachliche Richtigkeit zu beanstanden, dann kann deine Buchführung verworfen werden. So und kein Mensch weiß bis heute, wann im Einzelfall Anlass besteht, die sachliche Richtigkeit zu beanstanden. Nur es zeigt mir, scheinbar legt der Gesetzgeber jetzt ab sofort, ab 2023, auch einen größeren Wert auf die Einhaltung von Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, von Prozessdokumentationen, von all diesen ganzen Dingen. Und das ist ja der eigentliche Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Deswegen empfehle ich zum Beispiel den Mittelständlern, bei denen ich also Schulungen zu diesen Themen mache, auch immer, ey, betrachtet das bitte nicht als Inselproblem, löst jetzt nicht nur die E-Rechnung, sondern versucht, dieses Thema zusammenhängend zu betrachten und da insgesamt eine gute Lösung zu bauen. Sonst kann es passieren, dass sie in Zukunft bei der Betriebsprüfung, die vielleicht 2028 oder wann auch immer stattfindet, ein großes Problem bekommt, weil auf einmal die ganzen Betriebsprüfer anfangen, über GOBD-Probleme zu philosophieren und zu sagen, wo ist denn eigentlich die Originaldatei und ist das hier, ist das hier die Originaldatei und wie wird das eigentlich verbucht und funktioniert die Schnittstelle hier eigentlich richtig? Dann also definitiv diejenigen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, also Buchführungsautomatisierung, Schnittstellen, Dokumentenmanagementsysteme, E-Rechnung spielt da auch ein, die werden in den nächsten Jahren definitiv sehr, sehr viel Arbeit zu tun bekommen und das ist ein unfassbar interessantes Themenspektrum, weil das natürlich einerseits rechtliche Themen mit andererseits Software-Themen kombiniert und deswegen finde ich es persönlich auch ein sehr, sehr spannendes Themenfeld, aber es wird bei der E-Rechnung mit Sicherheit so sein und was mir gerade noch einfällt, das Thema E-Rechnung, also wir haben ja gesagt, es gilt im B2B, das heißt, man würde jetzt vermuten, okay, wenn ich Unternehmenskunden habe, dann brauche ich diese E-Rechnung, heißt, wenn ich keine Unternehmenskunden habe, brauche ich die E-Rechnung nicht, würde man ja jetzt auf den ersten Blick vermuten. Jetzt kommt aber das große Problem, ich gehe ab dem Jahr 2027 in ein Restaurant essen und es handelt sich jetzt nicht um eine private, sondern um eine geschäftliche Bewirtung und jetzt haben wir auf einmal einen Unternehmer, nämlich den Gastronomen, der an einen anderen Unternehmer, nämlich mich als der Geschäftskunde, der dort essen geht, eine Leistung erbringt und jetzt reicht der einfache, normale Bewirtungsbeleg aus dem Kassensystem nicht mehr, sondern ab 2027 müsste auch das eine E-Rechnung sein. Der Kellner müsste mir eine elektronische Rechnung in irgendeiner Form zukommen lassen. Ob das mit einem USB-Stick geschieht, mit einem QR-Code, den ich scannen kann, wo ich sie mir runterladen kann, mit einer E-Mail, das weiß zurzeit niemand. Also gerade alles, was so mit diesem Geschäftsverkehr, Bargeldverkehr, Einzelhandel, Gastronomie zu tun hat, theoretisch auch Taxis, all diese ganzen Dinge, das weiß man zurzeit nicht. Es soll zwar eine Ausnahme geben für Kleinbetragsrechnungen, also bis 250 Euro. Ich kann aber auch für 300 Euro im Restaurant geschäftlich essen gehen. Also das löst im Zweifel das Problem nicht. Das heißt, das sind Dinge, meines Erachtens, die bisher relativ weit unter dem Radar stehen. Und ich glaube, dass die Mittelständler, weil sie sich jetzt schon mit ihren DMS-Systemen auseinandersetzen, wahrscheinlich ganz gut durch diese Zeit durchkommen werden. Aber die Gastronomen, die Einzelhändler mit ihrem Kassensystem, diese ganzen Gruppen, bei denen das so ein bisschen unterm Radar schwebt, die sich gar nicht dessen bewusst sind, dass sie vielleicht auch B2B-Umsätze haben, bei denen wird das Ganze ab Mitte 2026 zu einem Problem. Oder beispielsweise auch bei Vermietern. Ja, auch ein Vermieter muss in Zukunft eine Nebenkostenabrechnung, wenn das ein Unternehmensmieter ist, der E-Rechnung abbrechen, zumindest mal ab 2027. Das heißt, selbst ein privater Vermieter bekommt auf einmal, weil er umsatzsteuerlich Unternehmer ist und der Kunde dann auch ein Unternehmer ist, in Zukunft auch ein Thema mit der E-Rechnung. Also ich glaube, diese Personengruppen, die man auf den ersten Blick nicht auf dem Schirm haben wird, die werden so zweite Jahreshälfte 2026 dann alle aufwachen und werden sagen, oh verdammt, ich muss noch was tun. Der Mittelstand ist, glaube ich, jetzt schon aktiv, aber die, also zumindest mal in Teilen, aber gerade diese Personengruppen, die werden mit Sicherheit ja im Jahr 2026 Freude haben. Aber deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir solche Formate wie das heute machen, um schon möglichst früh darüber zu informieren, weil es sind ja noch zweieinhalb Jahre, bis du wirklich diese E-Rechnung versenden musst. Also jetzt ist ja noch wirklich Zeit. Genau, aber für alle Berater, in zwei Jahren wird Deutschland brennen, weil es den ganzen Gastronomen und so auffällt. Es erinnert mich so ein kleines bisschen, das war ein Joke, ich habe so einen Gründungsseminarkurs und da haben wir vor zwei, drei Wochen darüber diskutiert und da hat tatsächlich auch einer gesagt, in Zukunft heißt es dann im Restaurant immer nicht mehr den Bewirtungsbeleg bitte, sondern die E-Rechnung bitte. Ich freue mich auch auf diese Gespräche. Ja, aber es ist tatsächlich keine Ahnung, wenn ich beim Mediamarkt oder Saturn einen neuen Laptop kaufe, ja, dann brauche ich halt auch und das ist ja dann sowieso schon so, was auch viele Leute nicht wissen, dann muss man in Ordnung verantwortungsgemäße Rechnung haben, auf denen der Leistungsempfänger steht. Das heißt, auf der Rechnung von dem Restaurant muss ich auch als Leistungsempfänger stehe. Da reicht es ja nicht aus, wenn ich die bewirteten Personen mal eben ausgefüllt habe. Das ist der Punkt. Ich habe in dem Kontext, deswegen muss ich eben auch lachen, ich habe, was Digitalisierung betrifft, ein Kommentar, der ist mir sehr im Kopf geblieben bei dem ganzen Thema und zwar hat mich einer gefragt, ach wie cool, muss ich denn ab nächstem Jahr nicht mehr alle Rechnungen für meinen Steuerberater ausdrucken? Und an der Stelle, alle Steuerberater, die 2024 noch erwarten, dass Mandanten Rechnungen ausdrucken, damit man sie in Papier einreicht. Bitte tut mir einfach den Gefallen und tut das auch 25. Bitte druckt einfach diese XML-Datei aus und reicht sie schön auf Papier dem Steuerberater ein. Das ist auch heute schon nicht mehr notwendig, dass man das ausdruckt und einreicht. Man braucht den Originalbeleg, aber wenn man eine E-Mail mit einem PDF bekommt, ist das das Original. Ein Beleg wird nicht originaler, indem man es einmal durch den Drucker schickt und quasi den Aggregatzustand ändert. Deswegen, jeder Steuerberater, der das von seinem Mandanten erfordert, dem wünsche ich ausgedrückte XML-Dateien. Wirklich, es wird auch irgendwann mal Zeit, dass wir uns bewegen und ja, es geht manchmal auch von Mandanten aus, ich würde mal sagen, der Digitalisierungsstau, aber doch auch nicht ganz selten auch vom Steuerberater, der jetzt einfach seine Prozesse nicht ändern möchte und es wird jetzt mal Zeit und man hat alle Gründe auf seiner Seite, eventuell jetzt mal digital miteinander zusammenzuarbeiten. Und in Bezug auf Steuerberater, auch ganz häufig habe ich gehört, super, dann wird die Steuerberaterrechnung jetzt ja niedriger, weil der hat ja weniger Arbeit. Oder in einem anderen Kontext, die Softwareunternehmen, die werden jetzt ja bestimmt teurer. Wird jetzt LexOffice, Heftex und so weiter nicht einfach viel teurer, weil die, ich muss, ich werde ja quasi jetzt per Gesetz reingezwungen in so eine Software. Ja, es gibt vielleicht auch noch andere Workarounds, aber man, ja, unterm Strich kann man schon so sagen, der Druck wird deutlich erhöht, jetzt so eine Software zu benutzen. Und da möchte ich nur eine Einschätzung geben, das ist jetzt ein bisschen höheren Sagen, weil ich kann das noch nicht sagen, aber einer aus der Community, aus dem Kommentarbereich hat gestern tatsächlich geschrieben, dass der LexOffice Support gesagt hat, weil aktuell gibt es schon X-Rechnungen. Die meisten Anbieter haben schon X-Rechnungen, also man kann schon X-Rechnungen erstellen, sind meistens irgendwie in den teuersten Paketen drin. Und das würde Stand heute bei LexOffice, einfach nur als Beispiel, weil ich da das Pricing angeguckt habe, würde bedeuten, dass ich viermal so viel bezahlen muss für LexOffice, nur um eine X-Rechnung zu erstellen. Die haben aber schon gesagt, nee, das verändern die, das wird in Zukunft quasi ab dem günstigsten Paket, also es wird genauso teuer, eine PDF-Rechnung wie eine X-Rechnung zu erstellen. Ich will nicht ausschließen, dass Softwareunternehmen es trotzdem versuchen, in dem Zusammenhang auch eine Preiserhöhung irgendwie umzusetzen, aber es ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, X-Rechnungen gibt es die ganze Zeit schon, weil wir schon seit, ich glaube, 2020 muss man an Behörden, also wenn man an Behörden Rechnungen schreibt, muss man schon E-Rechnungen ausstellen. Deswegen haben ehrlicherweise die meisten Buchhaltungsprogramme die Ausgangsseite schon lange abgedeckt, weil ja irgendein Kunde eventuell eine Behörde als Kunde haben kann. Die Eingangsseite, die muss tatsächlich noch gebaut werden, weil die wenigsten von uns und die wenigsten die Zuhörer sind eine Behörde, die so diese E-Rechnung empfangen müssen, aber tatsächlich gibt es das Ganze schon. Das Format ist jetzt nicht vollkommen neu und wir wissen so gar nicht, was auf uns zukommt, sondern das ist tatsächlich seit vier Jahren, dreieinhalb Jahren, ich glaube November, also Mitte des Jahres eingeführt, gibt es das quasi schon, wenn man quasi Rechnungen an Behörden schreibt und da weiß man auch schon so ein bisschen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich glaube, wir können auch noch über E-Rechnungen und gerade Digitalisierungsmöglichkeiten und Automatisierungsmöglichkeiten noch ewig weiterreden, aber so mit Blick auf die Zeit, glaube ich, das war ein spannender erster Einblick, hoffentlich, sagt es uns, also schreibt gerne einen Kommentar und natürlich, wenn ihr dazu Fragen habt, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass wir dieses Thema noch ein paar Mal besprechen werden, einfach weil uns das definitiv begleiten wird und ich freue mich schon auf die Folge in zwei Jahren, wenn wir dann darüber sprechen, wie das die Gastronomen in Deutschland jetzt denn endlich umsetzen können, weil das wird praktisch der Fall sein. Wir wissen auch schon, worüber wir nächstes Mal sprechen und da könnt ihr uns auch gerne alle Fragen schicken und zwar sprechen wir über das sexy Thema Autos, worüber auch sonst und zwar vor allen Dingen Firmenwagenversteuerung, was ergibt eigentlich Sinn, was nicht und so weiter, da gab es im Wachstumschancengesetz, was ja im März 2024 verabschiedet worden ist, auch ein paar Änderungen in Bezug auf E-Autos, aber über diesen ganzen Themenkomplex gibt es so viel Mythen, Irrtümer, Fragen und den gehen wir nächstes Mal so ein kleines bisschen an. Ich habe das Gefühl, wir können nur an der Oberfläche kratzen, aber damit wir vielleicht auch deine Frage beantworten, schreib uns einfach einen Kommentar. Wir sind aber noch daran, dass wir eine Faxnummer habt, dass ihr quasi auch in Zukunft uns eure Fragen per Fax schicken könnt. Wir müssen ja standesgemäß hier arbeiten. Wir können auch Melchior eines Tages auf Twitch einen Stream machen und bei einer Donation von 200 Euro aufwärts stellen wir dann sogar eine E-Rechnung aus. Ja. Oh mein Gott. Ernsthaft, das sind tatsächlich genau solche Felder, wo man sich drüber nachdenken muss. Natürlich ist jetzt eine Donation auf Twitch ist B2C in der Regel. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Unternehmen gibt, die auch ganz bewusst Twitch spenden, weil sie dann eingeblendet werden und dann quasi der Unternehmensname ja von einer gewissen Zuschauerschaft angezeigt wird. Aber da gibt es auch heute schon keine ordnungsgemäße Rechnung. Deswegen wird es natürlich auch irgendeinen Bereich geben, wo es das einfach auch noch in drei, vier, fünf Jahren nicht geben wird, weil da gibt es auch heute schon keine vernünftigen Rechnungen. Aber genau, all solche Punkte muss man unter Umständen mal durchdenken, wie man das Ganze in Zukunft angehen kann. Ich persönlich muss ich sagen, ich weiß, ich verstehe zutiefst, dass viele Leute genervt sind, dass irgendwas anders ist und deswegen die Entwarnung ja in dieser Folge ist, so viel ändert sich gar nicht. Es ändert sich was für die Softwareunternehmen, die müssen da gerade dran arbeiten. Für den Anwender ändert sich eigentlich nicht so richtig viel, zumindest wenn man schon die Software heute benutzt. Ich finde es persönlich sehr, sehr spannend, so aus Softwareperspektive, welche Möglichkeiten diese strukturierten Dateiformate ergeben in Bezug auf Automatisierung und freue mich in dem Kontext eigentlich drauf. Ich verstehe aber, wenn sich viele Leute darüber nicht freuen. Mit diesen Worten würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Ken. Es hat mir viel Spaß gemacht. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Ich glaube, ich habe letztes Mal 14 Wochen gesagt. Wichtige Ankündigung an dieser Stelle, 14-tägig, nicht 14-wöchig sind die Folgen. Bis dahin, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao zusammen.